Hallo, im heutigen Video geht es um das Thema literarische Erörterung. Ich gebe euch heute ein paar Tipps, wie ihr vorgehen könnt zum Aufbau und zum Schluss gebe ich euch noch ein kurzes Beispiel aus Goethes Faust und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video. Das Video heute entsteht in Zusammenarbeit mit dem Cornelsen Verlag. Der Cornelsen Verlag hat Arbeitszefte extra fürs Abitur herausgebracht zu allen möglichen Themen und eins davon schauen wir uns heute genauer an. Wenn ihr zu Hause noch üben wollt, fürs Abitur zum Beispiel, dann kann ich euch die wirklich ans Herz legen. Ihr könnt die Epoche nochmal wiederholen oder gattungsspezifisches Wissen nochmal nachschlagen und ihr habt vertiefende Übungen zu allen gängigen Aufsatzformen und zwar anhand von der Literatur, die auf Abitur relevant sind, also Texte von Fontane, von Brecht, von Goethe und so weiter. Und der Verlag war so nett, uns heute ein paar von den Heften zur Verfügung zu stellen, damit ich die an euch verlosen kann. Und wenn ihr eins dieser Hefte gewinnen wollt, dann gebt ihr dem Video hier einfach einen Daumen hoch und schreibt mir in die Kommentare, welche Ziele ihr nach dem Schulabschluss verfolgt. Alle Arbeitszefte, die es vom Cornelsen Verlag fürs Abitur so gibt, verlinke ich euch unten in der Infobox, dann kommt ihr direkt hin. Und dann geht es jetzt auch schon los mit dem Video. So, was ist überhaupt eine literarische Erörterung? Die Definition dafür ist von Bundesland zu Bundesland ein bisschen unterschiedlich, aber alle haben eigentlich gemeint, dass ihr bei der literarischen Erörterung auf Grundlage eines literarischen Textes eine Frage untersuchen sollt. Diese Frage kann auf Grundlage des gesamten literarischen Werkes oder auch nur eines Auszuges beantwortet werden. In manchen Bundesländern ist es auch so, dass ihr einen Text über ein literarisches Werk bekommt und daran einen Sachverhalt untersuchen sollt. So, als allererstes schauen wir uns die Arbeitsschritte genauer an und dazu benutzen wir das Cornelsenheft und gehen da Schritt für Schritt die Schritte, die hier empfohlen werden, durch. Der erste Aufgabenschritt ist immer, die Aufgabenstellung genau zu verstehen. Also lest euch die Aufgabe gründlich durch und achtet auch auf so Teilaspekte, die beachtet werden müssen. Ihr sollt auf jeden Fall herausfiltern, welches die zentrale Fragestellung ist und welche These vielleicht aufgestellt wird. Einfach damit sicher gegangen werden kann, dass ihr genau versteht, was ihr tun sollt und ihr auch alle Teilschritte, die vielleicht in der Aufgabenstellung gefordert sind, mit einbezieht. Zweiter Schritt wäre, das erste Textverständnis und dass ihr eigene Ideen zur Aufgabe formuliert. Das heißt, ihr lest euch den Text, die Textvorlage genau durch und schreibt schon mal ganz spontan auf, was euch in Verbindung zur Aufgabe auffällt und welche Ideen und Assoziationen ihr vielleicht habt. Ihr solltet hier immer das Thema der Erörterung schon im Hinterkopf behalten und dazu erste Ideen formulieren. Also nicht den Text ganz allgemein, sondern schon so ein bisschen mit Fokus auf die Aufgabe hin untersuchen. Dritter Schritt wäre, die Textvorlage zu analysieren und zu interpretieren und dann im Anschluss eigene Argumente zu entwickeln. Ich würde dazu immer empfehlen, dass ihr euch den Text durchlest und vielleicht schon mit verschiedenen Farben markiert, was Pro und was Contra sein könnte. Vielleicht auch nochmal eine extra Farbe für Beispiele oder Zitate, die ihr vielleicht einbringen wollt, die interessant sind. An der Stelle ist manchmal gefordert, dass ihr den Text auch analysiert und interpretiert. Das heißt, wenn das in der Aufgabenstellung drinsteht, schaut ihr euch Sprache und Rhetorik, also bestimmte auffällige Stilmittel genauer an und erwähnt dann, welche Wirkung sie an der Stelle erzielen. Im Anschluss formuliert ihr die Hauptthese und zwar in eigenen Worten und überprüft kritisch, wie ihr zu dieser These steht. Ihr könnt dann schon mal die wichtigsten Argumente herausschreiben und sortieren, zum Beispiel nach Pro und Contra und überprüfen, wie stichhaltig diese Argumente sind. Also sind sie sehr überzeugend oder sind sie eher weniger überzeugend? Habt ihr dafür gute Belege im Text oder sind sie vielleicht doch nur Behauptungen? Vierter Schritt wäre dann, einen Schreibplan zu erstellen und den Text zu schreiben. Für den Schreibplan müsst ihr euch zunächst für eine Variante entscheiden, also wird hier eher eine lineare Erörterung gefragt oder eine dialektische. Wenn es eine dialektische Erörterung ist, müsst ihr entscheiden, wollt ihr eher dieses Ping-Pong-Prinzip machen oder das Sanduhr-Prinzip. Je nachdem, für welchen Aufbau ihr euch entscheidet, müsst ihr die Argumente dann sammeln, strukturieren, gruppieren und gewichten. Also welche Argumente passen zusammen, welches ist das wichtigste, welches ist das schwächste und dann je nachdem, welches Muster ihr wählt, in die richtige Reihenfolge bringen. Wenn ihr es noch nicht gemacht habt, wäre es hier dann auch an der Zeit, Beispiele zuzuordnen, um eure Behauptungen immer zu belegen und dann eine Gliederung für euren Text zu erstellen. Der letzte Schritt ist dann das Überarbeiten eures Textes. Das heißt, wenn ihr fertig seid, schaut ihr ihn euch nochmal genauer an. Hier im Cornelsenheft haben sie eine Checkliste für die literarische Erörterung, wo ihr nochmal Punkt für Punkt durchgehen könnt, ob ihr alles habt und alles gedacht habt und dann vielleicht Überarbeitung vornehmen könnt. So, jetzt kommen wir zum Aufbau einer literarischen Erörterung. In der Einleitung schreibt ihr, wie bei fast jedem Aufsatz, etwas zum Titel, Autor, Entstehungsjahr, zur Epoche und kurz was zur Thematik des Textes. Ich finde es immer ganz schön, wenn dann auch eine Hinführung zum Thema kommt. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel einsteigen über die Biografie des Autors oder über sein literarisches Werk. Ihr könnt ein paar Informationen zur Epoche geben oder vielleicht zu dem literarischen Motiv, was ihr untersuchen sollt. Wichtig ist, dass ihr hier keine Aspekte der Erörterung vorwegnehmt und ich finde es auch sinnvoll, wenn ihr hier einen Punkt auswählt, der auch in der Erörterung Thema sein wird. Ihr könnt hier auch schon einen Überblick über die Vorgehensweise geben, also welche Schritte ihr jetzt im Laufe der Erörterung vornehmen wollt. Im Hauptteil ordnet ihr, wenn ihr einen Textauszug vorliegen habt, diesen Auszug erstmal in den Gesamtzusammenhang des Werkes ein und gebt dann kurz den Inhalt des Textauszuges in eigenen Worten wieder. An dieser Stelle wäre es auch sinnvoll, wenn ihr die These formuliert oder aufstellt und nochmal genau sagt, was jetzt Thema der Erörterung sein wird. Im Anschluss überprüft ihr die These, indem ihr eben Argumente sammelt und diese am Text belegt und entscheidet zum Schluss, ob ihr jetzt der These zustimmt oder sie ablehnt und dementsprechend sind eure Argumente ja auch schon sortiert, wenn ihr vorher den Schreibplan erstellt habt. Beim Aufbau der Argumentation achtet ihr darauf, dass ihr dieses Muster, was ihr vorher gewählt habt, einhaltet, also entweder eine lineare Erörterung oder ihr habt euch für dieses Ping-Pong- oder Sanduhrprinzip entschieden. Je nachdem ist euer Hauptteil aufgebaut. Im Schluss fasst ihr die Ergebnisse nochmal zusammen. Im Idealfall bezieht ihr euch auf die Einleitung oder diese Hinführung zurück, also nehmt das Thema nochmal auf und gebt dann ein endgültiges Fazit, in dem ihr der These zustimmt oder ablehnt und sagt auch nochmal kurz, warum. Teilweise ist gefragt, dass ihr so eine Art Ausblick gebt, also wie könnte mit dem Erörterungsthema weiter umgegangen werden, im Werk zum Beispiel. Da müsst ihr aber auf die Aufgabenstellung achten. Jetzt habe ich noch ganz kurz ein Beispiel für euch, und zwar aus Goethes Faust. Wir schauen uns erstmal die Beispielaufgabe an. So, ich lese sie kurz vor. Erörtern sie, ausgehend vom Text und vor dem Hintergrund ihres Wissens über das Drama, ob und inwieweit Faust und Grächen in der Grächentragödie im Faust 1 schuldig werden. Berücksichtigen sie in ihren Ausführungen die verschiedenen Ebenen von möglicher Schuld. So, ihr seht ganz klar, erörtern sie deutet darauf hin, dass es eine literarische Erörterung ist. Grundlage des Textes ist der gesamte Faust 1. Und hier gibt es auch Teilaspekte, die man berücksichtigen soll, und zwar ist hier ein Hinweis auf die verschiedenen Ebenen von möglicher Schuld. Das heißt, da solltet ihr genauer darauf eingehen, zum Beispiel gesellschaftliche Schuld, moralische Schuld, strafrechtliche Schuld, religiöse Schuld und so weiter. In der Einleitung schreibt ihr natürlich den Einleitungssatz, so wie ich es vorhin erwähnt habe. Und als Hinführung bieten sich hier zum Beispiel folgende Themen an. Man könnte auf Faust als Werk eingehen, man könnte was zur Biografie Goethe sagen und wie das Werk Faust in sein Lebenswerk einzuordnen ist. Man könnte was darüber sagen, inwieweit das Werk Elemente von Klassik oder Strom und Drang hat, also so einen Ansatz über die Epoche. Oder man könnte, was ich als sinnvollste Hinführung empfinden würde, über den Begriff der Schuld einsteigen und schon mal sagen, welche verschiedenen Ebenen von Schuld könnte es denn hier geben. Und wie gesagt, ihr könnt einen Überblick über die Vorgehensweise geben, das ist aber optional. Im Hauptteil gebt ihr eine kurze Inhaltsangabe des Dramas, wirklich kurz. Ihr könnt euch vielleicht darauf konzentrieren, welche Entwicklungen die beiden Charaktere innerhalb des Dramas durchlaufen. Und im Anschluss untersucht ihr die Erörterungsfrage. Ich lese euch jetzt nicht alle Punkte hier vor, aber ihr seht, ich habe hier mögliche Punkte für Fausts Schuld und für Gretchens Schuld aufgelistet. Ich setze die auf den Blog, das heißt, wenn ihr die runterladen wollt, guckt ihr einfach auf www.deutschstunde-online.de. Dort findet ihr die ganzen Folien hier. Was man mal festhalten kann, ist, dass Faust eher moralische und strafrechtliche Schuld auf sich lädt, Gretchen dagegen für gesellschaftliche Schuld, moralische Schuld, religiöse Schuld und auch strafrechtliche Schuld. Und diese Ergebnisse könntet ihr im Schluss zusammenfassend, da habe ich jetzt nochmal aufgelistet, also Faust macht sich zum Beispiel schuldig, weil er dem Drang, die von Gott gesetzten Grenzen zu überwinden, immer weiter nachgeht und dabei sogar über Leichen geht. Und in der Szene im Kerker zum Beispiel sieht man ja auch, er stellt sich seiner Verantwortung nicht, sondern flieht. Also er lässt Gretchen im Kerker zurück und lässt sich auf Mephistos Versuchungen wieder ein und stellt sich eben nicht der Verantwortung. Und er glaubt natürlich, er kann mit der Schuld leben. Also er macht sich nicht so viele gesorgen um sein Seelenheil und um sein Gewissen wie Gretchen. Bei Gretchen kann man sagen, sie ist zwar schuldig, aber sie übernimmt wenigstens Verantwortung. Also im Kerker bleibt sie ja zurück und sagt, sie möchte, sie sieht halt Gott als ihren Richter und sie nimmt ihr Schicksal sozusagen an. Und man kann sagen, obwohl sie so jung und naiv und ja auch niederen Standes ist, es zeigt sie hier mehr Größe als Faust, der ja eigentlich so ein gebildeter und höheren Standes ist. Und dass sie Verantwortung für ihre Taten übernimmt, entlastet sie in gewisser Weise sogar und macht sie dadurch nicht weniger schuldig, aber sie übernimmt eben Verantwortung. So neben dem Zusammenfassen der Ergebnisse könnt ihr im Schluss nochmal Rückbezug auf die Einleitung nehmen. Das heißt, ihr geht nochmal auf den Aspekt der verschiedenen Schuldmöglichkeiten ein und wägt eben ab, ob und inwieweit sie sich schuldig machen. So, das war es auch schon. Ich weiß, das war jetzt eine ganze Menge, aber ich dachte, ich packe mal alles in ein Video, dann habt ihr es schön zusammen. Alle Folien findet ihr, wie gesagt, auf meinem Blog und vergesst das Gewinnspiel nicht. Also wenn ihr von Cornelsen die Arbeitshefte gewinnen möchtet, dann einfach einen Daumen hoch hier lassen für das Video und unten einen Kommentar hinterlassen, in dem ihr mir sagt, welche Ziele ihr nach dem Abi verfolgt. Dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.